Moin Uli! Moin! Hast du die Sachen dabei? Ja, ich hab alles dabei. Sogar die alte Frau. Weiß auch die alte Frau, dass sie den Geldtransporter anhalten soll? Ja, die weiß Bescheid. Achtung, der Geldtransporter kommt. Guten Tag, genedige Frau. Kann ich Ihnen über die Straße helfen? Ja, denn wir sind nicht von Ihnen. Komm, lass ihn fesseln. Oh, es schneit. Schmeiß das Geld raus. Das explodiert gleich das Auto.